Die Schicksal wird gestanden. Eine angenehme Reise. Willst du auf diesem Schiff mitfahren, Sam? Sei dir bewusst, dass du alle noch nicht zugestellte Fracht zurücklassen musst, wenn du an Bord gehst. Es wäre aber eine Schande, etwas Wichtiges aufzugeben, gerade wenn ein Auftrag fast abgeschlossen ist. Mein Rat? Pack das Zeug in deinen privaten Spind in Port North City. Oder, falls du vorher noch etwas erledigen willst, kannst du deine Schiffsreise auch so lange aufschieben. Deine Entscheidung. Snack? Du hast es geschafft. Ich bin hart im Nehmen, trotz meines Namens. Du hast das Harschloch auch gesehen, oder? Higgs, der Anführer einer Separatistengruppe. Sah aus, als würde er dieses GD kontrollieren. Sowas geht auf Stufe 7. Vielleicht höher. Du weißt anscheinend viel über ihn. Wir haben zusammengearbeitet. Wir hatten sowas wie einen Vertrag. Geschäfte mit Terroristen? Hauptsache Geld, was? Er war damals nicht so. Also, was ist dein Ziel, hä? Willst du die Welt retten, oder sie zerstören, so wie er? Ich, ich wünschte, die Dinge wären anders, okay? Hier ist unser Taxi. Keine Sorge, ist noch ein Schuss. Komm schon, wir sind die einzige Fracht. Komm schon, wir sind die Welt. Wir sollten morgen dort ankommen. Es bringt selbst den Ank Siberian. Wie ich schon sagte, Sam, die Vergangenheit lässt einen nicht los. Hör zu, ich muss dich um etwas bitten. Es hat mit diesem Arschloch zu tun. Higgs. Sam, Sam, Sam. Erinnerst du dich? Es wird langsam Zeit, Sam. Bis du es mir gesagt hast, hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass ich am Leben war. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn man ganz allein ist. Du bist warm. Ich will nicht nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Hier, das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Findest du nicht mehr nach Hause? Na komm, ich gehe den halben Weg mit und den Rest schaffst du alleine. Besser? Ich werde auf dich warten, am Strand. Komm und finde mich. Wir haben hier sehr oft miteinander gespielt. Du hast mich hergebracht. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Solange du in einen Körper zurückkehren musst, kannst du nicht nach Belieben kommen und gehen. Also kommst du von hier nicht einfach in den Osten? nicht, bis du uns wieder vereinigst, Sam. Ich werde auf dich warten, am Strand. und finde mich. Keine Ahnung, wie du schlafen kannst. Brauchst du eine Stärkung? Willkommen in Lake Nod City. Was? Naht. Dann komm. Diese Fracht kommt aus Port Nod City mit Bestimmung Lake Nod. Die überlasse ich dir. Das Versandterminal ist da vorne. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns später. Das Versandterminal ist etwas zu erledigen. Was? Oh, come on. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Das war's für heute. Sorry wegen dem Stress. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, du sollst ein Cupid dabei haben. Stimmt das? Du darfst uns anbinden. Wir sind also endlich im Netz. Das hat lang genug gedauert. Wir halten nicht zurück. Capital Nord City bekommt alles. Wenn diese Informationen der Sicherheit aller dienen, habe ich nichts dagegen. Und ich bin sicher nicht der Einzige hier, der das so sieht. Damals, als Bridges 1 hierher kam, war die Lage wahrscheinlich besser. Zumindest haben uns damals keine Terroristen oder GDs das Leben schwer gemacht. Naja, sei vorsichtig da draußen. Die Welt hat sich verändert. Und vielen Dank. Hast du Ground Zero endlich passiert? Glückwunsch. Und Dankeschön. Ab hier wird es allerdings nicht leichter. Bei unserem ersten Besuch war es anders. Friedlich. Die drei Städte da draußen, Lake, Middle und South North, wollten alle unsere Wiederaufbaupläne unterstützen. Fragile Express hat für alle drei Lieferungen durchgeführt und den Kontaktaufrecht erhalten. Aber die Angriffe der Separatisten? Vor einem Jahr haben alles verändert. Einer hat Middle North City ausprobiert. Sie haben Atomwaffen von früher gezündet. Der andere Angriff hat Middle South North City zerstört. Die Verluste waren verheerend. Bridges hat nicht genug Ressourcen, um die restlichen Städte allein zu vernetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller. Selbst jener, die nichts mit den OCA zu tun haben wollen. So unmöglich es klingen mag. Die Lage hat sich seit dem Aufbruch von Bridges Run nach Westen verändert. Besonders die Zerstörung von Middle North hat uns eine neue Strategie aufgezwungen. Wie Amelie gesagt hat, uns fehlen Zeit und Ressourcen, um einen weiteren so großen Knoten zu bauen. Deshalb treffen wir Vereinbarungen mit Preppern und anderen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als Ihre Bunker zur Verstärkung des Netzwerks zu nutzen. Nur eine bestimmte Art von Mensch würde alleine hier draußen leben. Die Art, die uns sagt, dass wir uns unseren OCA-Beitritt sonst wo entschieden können. Natürlich, werden Sie nicht sofort begeistert zustimmen. Aber obwohl Sie die meisten Leute nicht leiden können, kamen Sie mit Fragile Express zurecht. Sag jetzt nicht. Wir sollen Sie als Empfehlung benutzen, um bei Ihnen gut anzukommen. Bingo. Sie hat schon zugestimmt. Aha. Und was hat Sie davon? Warum auch immer. Schätze, um es Higgsheim zahlen zu können. Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Er hat Ihr alles und noch viel mehr genommen. Zeit heilt manche Wunden, aber Ihre nicht. Die anstehende Arbeit wird nicht leicht, aber sie muss getan werden. Gut, ich erst mal etwas aus. Wir reden später weiter. Gut, ich erst mal etwas. Hier. Für mich? Es nennt man Kepo. Das ist ein altes Wort für Knoten. Damit kann man auch Dinge zählen. Für jeden Freund mache ich einen Knoten. Okay. Dann mache ich einfach immer einen Knoten, wenn ich dich sehe. Das muss dir sehr viel bedeuten, wenn du es herbringen konntest. Etwas Besonderes. Ganz Besonderes. Und nur für dich. Ich passe gut drauf auf, Sam. Was essen? Wieso bist du hier? Frag dein Boss, Mann. Wieso bist du hier? Hab ne Lieferung für einen Boten. Das wirst du auf deinem Weg brauchen. Damit weist du dich als Mitarbeiter von Fragile Express aus. Es besteht aus meinem Blut und chiralen Kristallen. Sieh es als eine Art Band an. Die Prepper in der Gegend machen dir kein Ärger, wenn du das hast. Wir waren die einzigen, die hier draußen ausgeliefert haben. Das war unser Territorium. Bis Higgs alles versaut hat. Mich. Fragile Express. Unseren Ruf. Alles. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen? Ganz allein. Ich bin nicht allein. Die Höhle. Port North City. An deinem Bett. So weit weg und doch treffen wir uns ständig. So viele GD-Gebiete zwischen uns, wo mich ein leerer Sturz treffen müsste. Und doch bin ich hier. Ich bin hier. Du kannst den Strand benutzen. Ich habe einen Strand. Du hast deinen. Ich mein. Ich springe damit durch den Raum. Ich kann keine GDs herbeizaubern wie Higgs. Aber ich kann ihm folgen. Ihn zum Strand folgen. Das Problem, jeder hat seinen eigenen Zugang. Ich kann nur durch den Strand reisen, den ich kenne und verstehe. Du hast sicher schon vom Multiversum gehört. Hey, geht's dir gut? Die Sprünge fordern mir viel ab. saugen mir das Blut aus. Du willst nach Edge North City, oder? Da wimmelst von Terroristen. Aber wenn du das durchziehst, dann musst du es früher oder später mit Higgs aufnehmen. Hör zu. Ich liefere Dinge. Monster und Terroristen zu töten. Ist nicht mein Job. Und wenn wir es gemeinsam tun? Mit meiner Kraft könnte ich dir helfen. Man muss nicht dasselbe wollen, um auf einer Seite zu stehen. Ich könnte dich schicken. Über meinen Strand. An jeden Ort, an dem das Chiralium dicht genug ist. An jeden Ort, der im Chiralennetzwerk ist. Und was verlangst du dafür? Dass du darüber nachdenkst. Hier. Ein kleiner Ansporn. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Damit bleiben wir in Verbindung. Bis dann, wir sehen uns. Bis dann, wir sehen uns.